Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir City Smash, eher Solar Smash. Weil das ist nämlich das meistgewünschte Spiel, was ich mir... Floria und alle spielen schon System Smash. Das ist mir auch neu, System Smash. Ist Backenbissen? Wo ist die Erde da? Ich schaue mal die Erde und den Mond an. Schau mal, hier ist echt der Pluto. Kann man nicht hier zoomen? Ich schaue mal die Erde und den Mond an. Ich fühle mal da der Mond, der im Kreis die Erde. Oh, was macht er jetzt hier? Das ist mir neu. Unsere Erde befest sich von der Erde. Stell dir mal vor, das kann man echt machen. Mercury heißt das auf Englisch. Was passiert, wenn unsere Sonne vom Schwarz... Oh, die Sonne wird aufgenommen. Tschüss, Sonne! Oh, eine Supernova! Hier Saturn, Neptun, die sind alle. Jetzt werden wir ihn beschleunigen. Schon mal ein schwarzes Loch System. Ich werde das, Leute, mal zurücksetzen, das System. Ich möchte das zurücksetzen, das System. Wie kann man das zurücksetzen nach da unten? Cooles Spiel, was sie spielen. So möglich, was die da macht. Geht gar nicht. Ja, das ist der Ton. Wo ist Jupiter? Das ist Jupiter. Das ist Jupiter. Das ist Jupiter. Guck mal, was passiert, wenn der Jupiter... Oh, jetzt, Leute, fliegt er zur Sonne. Das ist Jupiter. 3, 2, 1, und... Smash! Boah, ist nichts passiert mit der Sonne. Ich guck mal. Sollen wir mal so groß machen, wie... Was passiert, wenn wir, also wenn die Erde später untergeht? Wollen wir das mal so machen. Oh, Leute, die wird denn blau, Leute. Oh, das ist ein roter Riese, Leute. Die Sonne wird immer schneller. Oh, Flute geht's gut. Noch größere Leute geht die Sonne nicht. So, Leute, so groß ist die Sonne. So, ich guck mal so ein... Ach, Steroid. Ach, Steroid. So, ich guck mal so ein... So, ich guck mal so ein... Jetzt kann man zoom, Leute. Oder da ist der kleine Mond. Boah, der Mond, der fliegt irgendwo hin. Kann man jetzt sagen, das ist ein schwarzes Loch. Das ist ein schwarzes Loch. Guck mal, eine Supernova war das, Leute. Ich mach dir die Sonne noch ein bisschen größer. Wir haben erstmal die Erde gut im Blick. Also daher. Oh Leute, die drehen sich aus, die Sonne. Da oben steht Saturn, da oben links Schuhe. Die Sonne wird immer größer, Leute. Bald wird der Merkur eingefressen. Die Sonne wird immer größer. Die Sonne wird immer größer. Die Sonne wird immer größer. Guck mal, wie es unserer Erde geht. Guck mal, was passiert, wenn der Mond in die Erde einschlägt. Oh, die Erde. Und der drückt Richtung Erde. Oh, die Sonne. Schau mal, die Erde wird von der Sonne angezogen. Die Sonne verschwindet einfach. Jetzt ist die Erde Sonnensystem. Mit dem Sonnensystem. Das ist ein Erdsystem, Leute. Kein Sonnensystem. Hier ist auch ein Erdsystem. Vielen Dank. So, weiter geht's. Oh, diese Werbung! Wie schrumpft. Guck mal, die sind so klein wie ein Planet, Leute. Und dann passiert das. Oh, die Erde ist weg. Oh, das ist echt kalt, Leute. Oh, die Erde ist weg. Oh, die Erde fliegt, so. Oh, die Erde ist weg. Oh, Sonne, wo soll zu entfliegen? Ich stelle mal vor, dass es eine voodoo Erde ist und die macht uns nach, die Erde. Ich stelle mal vor, dass es eine volle Erde ist. Ich stelle mal vor, dass es eine volle Erde ist. Guck mal, die Sonne. Jetzt packt die Sauna. Dieser Ton kommt näher. Oh man, schwarzes Loch. Oh, die Sonne ist weg. Tschüss. Die ist weg. Guck mal, was die Sonne ist. Mars fliegt weg. Die Erde geht's gut, Leute. Die umkreist immer noch die Erde. Und es wird passieren, wenn's drei schwarze oder vier, fünf schwarze Löcher im Soundsystem ist. Ich stelle mal die Erde. Ich stelle mal die Erde. Die Erde fliegt weg und der Mond fliegt weg und der Mond fliegt im schwarzen Loch. Und der Mond kommt hinterher. ist's aufgasen. In der Mond fliegt die Erde. Das ist ein bisschen näher. Das ist ein schwarzes Loch, Leute. Black hole und schwarze loge Deutschland. Das ist doch ein besonderes System. Oh, kuckuck. Oh, kuckuck. Oh, kick the body. Ha, loser. Ha, loser. Eh. Ha, loser. Oh, mein Gott, ist das eine fette Sonne. Das war ja gerade eine fette Sonne und die Erde und Mond. Ach, das alles geht nicht. Die checken nicht. Oh, mein Gott, ist das eine fette Sonne. Oh, die Sonne ist erst mal weg. Das war's mit dem System, Leute. Scheiße. Mist, Leute. Ist die Erde jetzt in echt auch kaputt? Wir wollen jetzt viele fragen. Nein, das ist nur eine Simulation. Schau mal. Guck mal, der Mond umkreist die Erde. So, ich guck mal. Oh, der Mirko fliegt jetzt mal vorbei an der Erde. Die Sonne ist weg. Oh, was passiert jetzt? Oh, ist das Slowmotion? Oh, Leute. Die Erde ist nicht weg. Sie ist weg, das war's mit der Erde. Ich könnte jetzt Stunden spielen. Oh, scheiße. Die Erde ist weg, ne? Oh, oh, oh. Das ist eine richtige Art, Leute. Oh, die Erde verschwindet. Erstmal. Guck mal, das ist der rote Riese. Das ist Neptun, glaub ich. Ja, Neptun. Was macht der denn da? Neptun ist bei uns. Warum ist mir so kalt? Wo bleibt die Sonne? Nicht, dass es wirklich echt ist, Leute. Nicht, dass wir jetzt echt von einem schwarzen Loch gefressen wurden. Wenn soll das ja nicht schlimm sein, denn wenn landet man in einem anderen System? Wenn ist die Erde ja tausend Jahre alt. Schon mal Neptun und Saturn backen da noch. Er ist nicht so kalt. Er ist schwarzen, was ist die Erde? Die Sonne kommt. Oh, so riesig. Die Venus ist weg. Die Erde verabschiedet sich. Oh, tschüss, Sonne. Wer hat denn die Erde zu weg? Oh, die Erde! Bei sowas kann man nicht lachen. Weil das ist ja mal Zerstörung. Ich würde am besten die ganze Erde zerstören. Echt nicht. Die Erde würde ich in echt nicht zersprengen. Ich würde natürlich nicht so... Wenn ich die Erde wegschwimmen würde, hätte ich das schon aus der Öffentlichkeit gesagt. Ich würde natürlich nicht die Erde zersprengen. Das ist mein Lieblingsplanet. Mein Lieblingsplanet ist die Erde, die Sonne. Insonders kein Planet, aber egal. Ich nenne sie mal Planet. Das ist mein Lieblingsplanet. st du hast backt wieder so wie schwarze Löcher können es nicht gehen erst umlaufbahn zweite und dritte erste zweite dritte die dritte Leute ist hier aber ich frage mich warum der Merkur hier rum schwert nee das ist die dritte ich warte schon auf Sonnenenergie da ist die Venus auf dem Handy wird es richtig rumbacken Leute dann wird mein Handy gleich aus sein wenn es weitergehen soll Hilfe mein Handy wird angehackt da bewegt sich nichts Leute da ist es gebackt der backt irgendwas das war das war nicht oder Oh Leute, es ist kein Standbild. Meine Tablette bewegt sich, alles gut. Das Spiel, das ist kaputt. Bis zum nächsten Mal.